Trotz des Booms bei den Online-Lehrtrends sind die Behaltensquoten bei E-Learning-Kursen immer noch alarmierend niedrig. Was an den Einschränkungen der Krise, geografischen Barrieren, nicht ansprechenden Websites, mangelnder Transparenz, unformatierten Kursen und einer Vielzahl anderer Probleme liegt. Darüber hinaus hat die Angst vor Hacking, die in den letzten Jahren immer mehr um sich gegriffen hat, es den Pädagogen schwer gemacht, eine sichere und funktionsreiche Plattform für ihre globalen Studenten anzubieten, die sie zu echtem Erfolg führen kann. Das ist der Grund, warum Edufax sich vor der Kurve etabliert hat. Mit einem Cloud-basierten Learning-Management-System, das die Macht der Blockchain nutzt, um eine leicht zugängliche und erschwingliche Plattform für Studenten, Lehrer, Pädagogen und Institutionen weltweit liefern zu können. Jetzt können Aufzeichnungen von Studenten, Zertifizierung, Ergebnisaufzeichnung, Buchung von Prüfungen, Einschreibung in Vorlesungen und Sitzungen, Lehrvideos, Bewertungen und Validierung von Kursen über eine einzige sichere Plattform erfolgen. Aber warum Blockchain verwenden? Weil die Verwendung der Blockchain-Technologie eine vertrauliche Übertragung von Informationen zwischen Servern in einem kryptografischen Format gewährleistet. Durch den Einsatz von Smart Contracts schützt unsere Blockchain-Plattform die Benutzerinformationen vor potenziellen Hackern und macht alles unkompliziert. Indem wir Kursbescheinigungen über verschlüsselte Blockchain-Datensätze anbieten, die nicht gefälscht werden können, bietet unsere Plattform den alles entscheidenden Vertrauensfaktor, wenn es darum geht, digitale Abschlüsse mit ihren Studenten zu teilen. Edufax beseitigt die Sprachbarrieren, indem es mehrsprachige Lehrer aus der ganzen Welt zusammenbringt, die ihr Vertrauen in unsere supersichere Art des Teilens von Bildungsinformationen mit dem Lernenden gesetzt haben. Durch ein tokenisiertes System, dessen Wert regelmäßig gemäß den Markttrends steigt, gewährleisten wir sichere Transaktionen zwischen Lehrern und Schülern. Wir bieten auch Anreize für die Bindung von Pädagogen über die Videos und Kurse, die ihr unbestreitbares Interesse an Videos und Kursen fördert. Unsere Blockchain-basierte LMS-Plattform wird auch durch ein intuitives Dashboard unterstützt, um die Bewertungen der Benutzer zu verfolgen und eine Vielzahl von international verfügbaren Zahlungsoptionen, die durch ein verschlüsseltes Gateway gesichert sind. Außerdem bieten wir auch Live-Feedback zur Bewertung. Und das ist noch nicht alles. Die LMS-Plattform von Edufax ermöglicht es Pädagogen, unbegrenzt viele Kurse zu jedem Fachgebiet und zu jedem Thema hochzuladen, im Austausch für unsere proprietären Token, die in Bargeld umgewandelt werden können. Edufax bietet eine eng gestrickte Lerngemeinschaft, die es mehreren Fachleuten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und Probleme und Lösungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren. Es verdoppelt sich auch als ein unübertroffener Mentoring-Kanal für Studenten weltweit, die jetzt jedes Thema leicht mit unseren interaktiven und lustigen Videos lernen können, die von Branchenexperten aus verschiedenen Bereichen hochgeladen werden. Edufax hat mit führenden Lernwerkzeugen zusammengearbeitet und bietet die höchste Qualität an Fachmaterialien durch unsere benutzerfreundliche Webseite, die von 24-7 webbasiertem Support unterstützt wird, um eine zuverlässige und vertrauenswürdige Quelle für Bildung zu bieten, der jeder und jede vertrauen kann. Registrieren Sie sich heute für unser fortschrittliches LMS-System unter www.edufax.com.